In unserem Bereich des Marktplatzes zeigen wir Ihnen zum Beispiel im Deckenschalungsbereich unser neues PERI Hammock System. Das Hammock System wird als Netz unter die Schalung gespannt und dann können Sie den Querträger sicher auflegen. Als weiteres System sehen Sie auf dem Marktplatz die Skymax. Die Skymax ist eine zukunftssichere Montage einer Paneeldeckenschalung, die von der unteren Aufstellebene sicher geschalt wird. Wir hängen die Paneele ein, schwenken diese mit der Schalhilfe nach oben und auch der Seitenschutz wird als vorauslaufendes Geländer von der unteren Aufstellebene nach oben gebracht und sichert so den kompletten Bereich und so kann alles von unten sicher geschalt werden und Sie können dann nach oben gehen und arbeiten auch dort immer in einem sicheren Bereich. Die PERI Skymax als Baukastensystem, als Aluminiumdeckenschalung mit Panelen, als Polymerpaneldeckenschalung und auch als Lösung für den Deckentisch, das zeigen wir Ihnen hier auch auf unserem PERI Marktplatz. Wir freuen uns auf Ihren Besuch auf dem PERI Messestand in der Baumart 2022.